Hey, Kleines, du raus. Ich tu dir nix. Ay, Mirko, небольшой Idiot, ha? Das können wir in diesem Mal auch wieder nicht festnageln. Die Aussagen dieser Rumänen, die bricht der Beweisführung das Genick. Ja, aber das Opfer hat den Zweifelsfall erkannt. Ja, es war auch verdammt mutig von der Frau, die Aussage nicht zurückzuziehen. Sind die Rumänen wieder über die Grenze? Mhm. Aber ihre Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da können wir ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du Witze? Wer hängt denn freiwillig um neun Uhr an einem Freitagabend noch in der Dienststelle rum? Und vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen? Papa? Warum muss denn das Fahrrad hier rumstehen? Ich wollte dir nur Tschüss sagen. Entschuldige. Aber ich hab mich erschrocken. Immer musst du weg. Ja, aber später feiern wir deinen Geburtstag. Das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, ich weiß. Aber diesmal komme ich wirklich rechtzeitig. Versprachen? Versprachen. Los, ich piss euch an. Mach die Molle auf. Ach, ach. Ja, ja. Das macht... Die Molle auf. Untertitelung des ZDF, 2020